und hier gibt es wieder waffen motto ich glaube das kommt in den titel alter ich kann das mit punkten machen a.i.i.d. aber aces ist ja aces hallo sebastian bitte macht mich nicht kaputt will ich nicht okay ich bin bob und ich wäde ich mich einst du wirst stärken ich sag es dir ich schieße so lange bis ich habe das ding keine muni mehr schiehst du woanders hin als auch außer auf mich sind alle noch am leben scheiße ich habe munition aufgenommen Wenn Seppo Gunnar killt, er krieg' ich Oh, nicht alle Ich hab' dich beinahe getroffen Na, was machen Flo und Niklas denn so? Also einer ist unten Nein, ich bin gestoppt Der Po ist grad neben mir aufgekommen Der Po ist tot Der Po ist runtergefallen Hä, wo ist der bitte schon runtergefallen? Komm, Toni Guck mal Gunnar, ich zeig's dir Er ist hier runtergefallen Wo ist der runter? Läuft, komm, 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 ich könnte reinkommen Kommt jetzt rein, Gottverdammt Ich schub's Toni jetzt runter, komm, Toni Ja, komm, nein Ich erschieß den, ich geh weg So, okay Ich hab Angst vor Fässern Wo hast du? Ah, 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 ah Gunnar stand still, Gunnar stand grad die ganze Zeit still rum Niki ist ein Stalker, Niki ist ein Stalker, oh mein Gott Ich werd ja so aufzeichnen, Gunnar stand rum Ja, heute Und heute Nacht fingert er sich da auf das Arschloch, Tschuldigung. Ich wäre schon wieder zu kreativ. Ja, ein bisschen. Ich glaube, du hättest bei uns Kunst-LK. Es gibt nicht mal einen Kunst-LK. Ja, aber hält ihn trotzdem. Hey Gunnar, 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 komm mal mit, komm mal mit. Gunnar, 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 Gunnar. Gier rein, gier rein, gier rein, ich muss dir was sagen. Nein, will ich nicht. Doch, na doch, ist ein Zaubertränk. Wir machen mich nur kaputt, nein, glaub ich nicht. Glaube ich nicht. Ich kann das naturgetreu nachstellen Das sieht gar nicht gut aus Wir haben einen neuen kürzigen Niklas Oh lol Niklas auch Gunnar lebt ja auch noch So was ich jetzt bin ich sofort auf 180 um mich um zu bringen Ich weiß, warum hab ich das gesagt Oh das wird los Der tötet Niklas immer noch Ah fuckee Du weißt schon, dass du das nicht überleuern Gunnar schießt, Alter ich war das nicht Gunnar schießt Inster Headshot, Junge Wicky, wo bist du? Lass dich fast anschießen Niklas rennt mit einer Sniper hinter mir her Ja, Niklas ist Traitor Flo? Flo? Hi Gunnar Toni? Ja? Wir haben das Problem, dass Niklas nicht mehr Das Toni nicht mehr Hallo, ist Toni? Ach Mensch, Seppo existiert ja jetzt auch wieder Danke Hätte ich fast vergessen Flo? Niklas? Niklas? Willst du dich erklären? Ich muss mich nicht erklären Ich hab nichts gemacht Ja, das würde ich jetzt auch sagen Was ist los? Was hat Niklas gemacht? Flo redet nicht mehr Und ich habe ihn als letztes glaube ich mit Niklas Ich glaube ich habe War den Florian gefunden oder? Das ist nur Waffen Was da hinten ist Florian lebt auf jeden Fall noch Ich habe ihn nämlich nicht umgebracht Äh, was wenn ich ihn umgebracht hätte Ton ist bei mir Ich weiß In seiner Lieblings Oh lol Das ist meine Hood Deine Hood Ja Ja My Hood Bitch Also zuletzt habe ich ihn im U-Bahn-Clo gesehen Könnte sein, dass ich Es muss er wahrscheinlich gerade gewesen sein Wollt es zu dir? Nein Es kann nur unten gewesen sein, Florian Ich bin hier hinten bei den, äh, Fässern, die explodiert sind unten im Keller Deswegen wusste ich, dass Florian wieder lebt Lol Ich weiß Also, Niklas, ich könnte es nicht sein Die Polizei aktiviert man eben, Niklas schießt Ich bin tot Nein Wer ist tot? Ich glaube, Gunnar ist tot 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 Schon wieder Ich traue mich hier nicht raus Niklas, wieso schießt du ging erst mal mit der Sniper? Auch Polizist Das bin ich nicht, dessen ist die Polizist Ich hab, ich bin Die Polizisten haben keinen Sniper Auf den Polizisten snipen Der bloß runtergefallen Der Sniper auch Ja, dann ist Gunnar, der die Aua Okay, da ist Toni Könnte sein, dass er auf mich snipen wollte Ja, ich sehe Toni Ich bin hier Ich hab geguckt, wenn er ankommt Ich geb ihm einen Header, wenn er, äh Dann hast du mich nicht hier an Gib ihm einen Header, Junge Ist er ein bisschen aus dem Erd mit seiner Gib ihm einen Header, Junge Oh, hier ist eine Granate, Granate Geht von der Granate, äh, weg Weil Disco heißt immer so viel wie Ja, an sich hab ich einen Track geworfen Aber euch soll das nicht interessieren Gunnar hätte sich fast draufgestellt Ja, und ich bin da grad noch weggelaufen Da waren wir noch eine Disco Gunnar etwa selbstmordgefährdet So, hier ist Flo Wo ist denn los? So, wir haben noch 30 Minuten Overtime 30 Sekunden, nicht Minuten Ja, mein Gunnar, ich bin so geil, du bist da hinten 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 Ich bin auch weggegangen, weil ich halt auch vermute, dass Tonys ist In der da irgendwo C4 gelegen Gunnar, lebst du noch? Gunnar reden Gunnar, redet nicht Gunnar redet nicht Gunnar redet nicht, warum redet Gunnar nicht Weil du wieder erschossen hast Ja, er ist tot, er liegt da Das ist keine logische Erklärung Ich hab ihn gefunden, er liegt tot auf der, auf der Treppe Ja, das ist Toni Ganz easy Das schreite ich jetzt ab Das stimmt, finde ich, du bist du, das ist trotzdem verbitte mir diesen ausdruck ach so ich bin wirklich von der moll weggerannt vor angst lol overtime, tony ja was war das gar für ne explosion ja irgendwie bei mir ist alles was ich mache weiß direkt auf dem, dass ich twitter bin, das ist voll interessant ja das ist so als wenn man sich ne religion zusammenreimen möchte ach so, die religion die schicken uns eine bewährung verstoß mit wir senden eine antwort per wunder ja ja ich hab heute übrigens in rallye einen vortrag über scientology gehalten es ist ja eine sehr interessante religion also es ist doch keine religion doch es ist in deutschland nicht, aber in amerika eine anerkannte religion ja amerika, weißt du in amerika dürfen kinder auch waffen benutzen ja, ihr kennt doch die story aus housepark oh lol ich sehe die ganze zeit, guck so wie er, weil was er da macht und fick dich nichlas, ich wollte da jemanden umbringen tja ja hallo Aids hallo Aids jemand hat was da geworfen Achtung, weg da ach, was war Tony, hat mich halt einfach nicht gesehen ja Wolltest du gerade was schießen richtig hallo hättest du mir Headshot gegeben, jungen, hätte ich dich getötet im real life ja ach so, alles klar ah, das hätte ich jetzt zu gern gemacht, weißt du okay,to, ein Duell auf Leben und Tod, geh mal da hinten hin nей, sterb doch nicht wieder, wir gehen ja hinten hin schlagen uns zur Tode das ist dann gerade aufgehoben warum aus gründen ich verschießen ich suche mit dir sonst tonic du kannst mein mp7 haben ja niklas steht wieder außen vor und möchte alles nicht eine schokolade haben du kriegst ja holz das ist tony ich schieße es auf dich ich kann es mal so probieren warte mal dass ich auch witzig mit mich ich bin dran ich hab dir den ball abgenommen ja komm abstoß guter langer pass wo bist du ja aber es ist der klasse der c4 platziert ich hab grad geguckt ob toni hier c4 platziert hat aber hier liegt kein so aufs Wacher als Trader Alter du hast mich getroffen ich wollte grad schon wieder was sagen aber dann wäre wieder gekommen ja NOH NOH wir können wieder den Hexentest machen wir nehmen die Mausen äh wir nehmen mal ganz kurz für alle menschen die ein bisschen was von Chemie verstehen natrium also natriumlauge Halt's Maul jaa wurde von sebastian einmal gezeichnet mit einer Doppelbindung GONNA schießt auf mich GONNA er sitzt mit einer Doppelbindung vom N zum O und einer Antilbindung zum H so ist das Problem Natriumhydroxid ist eine lauge dementsprechend eine Ionenbindung heißt das könnt ihr gar nicht als Lewisformel zeichnen und Natrium ist NA und nicht N Ich hab das A vergessen du honk haaa wie die Kiefelauge ja das kannst du trotzdem nicht zeichnen Ich möchte übrigens noch mal anmerken dass ich extrem viel besser bin als NO weil aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa GONNA 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 kann ich böse sein fest äh ich mal ich hab das mega aids äh ihr wisst auch noch dass DO existiert also ja 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 Ich würde keine voranliegende Entscheidung treffen. Oh, Alter, Seppo, das hat mich fast erwischt. Seppo? Oh, das hat mich erwischt, gerade. Alles klar. Das hat mich gerade erwischt. Ja, das sehe ich. Der war gerade eben noch bei mir draußen. Der war bei mir gerade eben noch draußen. Weißt du, das ist jetzt, wir jagen alle Doh? Hm, anscheinend. Soll ich Doh wegmachen? Na, guck mal, das ist noch Polizei und der verkackt. Lol. Weg mich. Siehst du, Sebastian? Du sagst sofort, das ist Doh. Ich sagst, du ja, lass mal lieber nicht sofort sagen, wer das ist. Ich habe am Anfang der Runde gesagt, bevor wir im Prepared-Round, dass ich den Typen umbringen werde. Ey, Seppo, du weißt schon, dass Niklas an dem Moment verdächtig war, wo er dich penetrant verfolgt hat. Er hat mich penetrant verfolgt. Ja, als ich dann von dem Fass schadenbekommen habe. Das mit dem Fass war übrigens sehr witzig. Ich schwamm sofort, Tony mit dem Explosion, und sag, los, schieß drauf, los. Los, der in die ganze Zeit, nein, da habe ich gesagt, meine Fresse, hab das Fass hier selber drauf geschossen. Ja, aber du bist runtergeflogen nachher. Ja. Und dann sind wir beide verreckt. Das war voll schön. Hi Niklas. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Hi. Niklas. Halle. Ich bewache erst mal Niklas, ne? Komm doch. Wenn der wieder rumläuft und alle Leute wegsnipet, kann man nicht machen. Oh. N3 sagt für. Gunnar. Dich. Das verbrückt mich recht um. Ja, das glaube ich auch. Aber das, ich glaube, du bist eh nur. Von daher, nicht. Egal, was du machst, ich werde dich nicht töten. Alles klar. Wenn ich sterbe, ist es immer Niklas, ne? Ja, Tony, rennt auch noch mit rum hier. Weil ich Niklas, und ich immer Niklas verfolge. Ja. Nein, die habe ich gebraucht. Stimmt. Dippo gibt mir erst mal einen Headshot. Ja. 92, 63, 57, 27, 22, 11. Alles klar. Alles klar. Deal. Dippo und ich sind jetzt im Team. Dippo und ich sind jetzt im Team. Wir sind für jeden, der hier reinkommt. Guck, du nach unten, ne? Ich guck da oben. Hey, wo seid ihr denn? Äh, ich nach unten. Alles klar. Jeder, der reinkommt, stirbt. Ach, seid ihr in eurem Lieblingsraum hier? Nein. Wenn du hier reinkommst, stirbst du, ne? Wo macht's aber wahr, schieß einfach auf alles. Ich mach wahr, ich schieß einfach auf alles. Seid ihr im Rotlichtraum? Nein, im Blaulicht. Bläh. Hast du gerade deine Waffe runtergeworfen? Wer schießt, ja? Wer hat da gerade mit dem Schrotze geschossen, Toni? Ich weiß nicht, mein, das ist voll. Jemand schießt hier rechts. Also, ne, mein, das ist nicht voll, aber ich hab mich geschossen. Sehr schön, Flo, er hat den aber doch gekriegt. Ich identifiziere euch nicht. Ich auch nicht. Warte mal, Flo hat gerade Doe getötet. Ich war das nicht, das war's. Auch. Oh, ich mochte Doe. Also, ne, ich war's nicht, ich musste nachladen, du hast den Rest gegeben. Achso, ich, achso. Ich hab da mehr reingefickt, Junge. Wo ist denn seine Leiche? Ach, da. Oh, er ist gelieft. Was ein Wunder. Oh. Niklas, lass mal die Police töten. Okay. Äh, Florian, hast du auch so das Gefühl? Sch-sch-sch-sch-sch-sch, warte kurz. Nee, du tötest mich, du Mier. Ich mach ein Abenteuer. Florian, du stirbst dann doch nicht. Nicht. An der Polizei, oder was? Headshot! Nein, ich will auch. Oh, das war ich. Oder ne. Richtige Headshot. Ich hab mich geheadshorted. Oh, Niklas hätt mich wegmachen können. Mhm. So ganz stolz. Ja, ich hätt's hier nicht töten können. Oh, ist aber der neue Terror-Squad. Ja. Lol, wer schießt? Ja, wer ist es? Niklas, oder? Hä, warum? Tony, lebst du noch? Ah, das ist die Polizei. Hä, Tony, hab ich eben noch gesehen. Ah, Florian. Du, zu redest eine Polizei, die auf mich geschossen hat. Du, zu redest, ich habe gesündigt. Nein, oder warte mal. Die auf die andere Seite. Können wir vor zwei Seiten. Nein, nein. Hä, nein, nein. Hä, nein, nein. Hä, nein, nein. Hä, nein, nein, nein. Nein, 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 da könnt ihr mich sehen. Nicht hier sitzen, oder? Nein, könnt ihr nicht eins ab. Ja, jetzt müssen wir nur aufpassen, sodass es nicht gegenseitig heller geben. Also, jeder zielt. Nein, doch, 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 doch. Jeder stellt sich. Nein, das machen wir nicht. Wenn Tony tot ist, dann ist es nicht, ne? Ja. Ja, ich weiß, der nächste da kommt. Schippt. Hör auf C4. Vielleicht werden wir von zu viel getroffen. By the way, Traitor, wir haben beide elf Leben. Ja, sag mal, jetzt kommt der Tourist, ich hab nämlich zwölf. Haha, wirklich. Warte mal, die gehört schon, jetzt nicht. Ich bin mal überlegen, ob wir rausgehen sollen und ein Header geben sollen. Wir gehen nicht zur Polizei, komm. Was? Wir gehen raus, also wir gehen runter. Ich sag dir, wie das geht, ich sag dir, wie das safe geht. Ich hab das auch hingestellt. Jemand hier hat einen Sniper. Nicht, dass du sitzt. Ja, ich. Schon die ganze Zeit. Ja, Gunnar und Dings sind tot. Nein. Kannst du mal da weggehen? Geh voran. Geh ein bisschen voran. Ich zeig dir jetzt was. Und zwar, wie man hier safe rauskommt. Loll. Easy get wrecked. Ja, ich zeig dir. Ja, ganz weit weggestellt. Also, wenn du easy get wrecked hast, hast du da völlig verdient. Für das C4. Ja, aber ihr, so komm, der ist nicht tot. Niklas, ein wirklicher Traitor wäre bei uns in den Raum reingekommen und hätte uns platt gemacht. Ja, wieso? Ich kann's, ich hab's ohne geschafft. Braucht dich nicht. Haha. Ja, du hast es ohne geschafft. Mit einem lächerlichen... Florian, schon mal jetzt im Preparing. Sprang abmachen, dass wir's nochmal machen? Was? Nochmal machen? Ich fand, es war ne schöne Runde, einfach weil ich gewonnen hab. Ich fand dich auch nicht schön. Und weil ich zwei schöne Headers verteilt hab. Ach Gott. Ich lasse schon wieder diesen Modus, in dem ich ihm eine Banane in die Nase schnupfen könnte. Und es war so ne Fette. Und es war so ne Fette. Ähm, Toni, ich würd das nochmal überlegen, was du gesagt hast. Ich glaube, dass die Nase war nur für die Leute unter 16, oder? Nein, ich meine wirklich eine fette Banane in die Nase war für die Leute. Über den Mund, wobei Männern Haare und Popel rauskommen. Boah, ich kann aber nicht... Äh, Moment mal. Toni, ich weiß nicht, wie das bei dir da unten aussieht, aber ich find das schon ekelhaft. Alter. Alter. Das geht wirklich um die Nase. Was tust du hier? Keine Ahnung, ich hab hier in den Disco hoch und ich hab Schaden bekommen. Voll die Quare. Ja, und mich hier versaut der Geklick. Ich fette Banane in die Nase, Alter. Warte, warte, wir machen das safe. Warte. Wir machen das safe. Toni. Als kann ich jetzt hier fest. Ich sag nur deinen Namen. Ja, das ist einfach safe, warte. Nein. Du machst mir Schaden, du Idiot. Hey, Nika, das macht keine Scheiße. Hey, Gunnar. Nein! Hörtet immer noch jeden der einen. Ich hab nur eher mit den Tod gerissen. Ich wollte den Inklusionspass auf ihn sehen. Ich wollte den Inklusionspass auf ihn sehen. Ich wollte den Inklusionspass auf ihn sehen. Ich hab nicht mehr reinkonselt, sondern wie dieses Fassballer. Ich hab nicht mehr Inklusionspass fest. Ich hörte die vier. Das geht gar nicht an der Ullulubom. Wir hätten uns da nicht wegbewegen sollen. Oh, geil. So. Der Bo, Walter deines Amtes. Oh ja. So, wir bedanken uns nicht fürs Zuschauen, denn ihr seid kleine Arschlöcher. Und Gunnar hat ein richtig fettes Arschloch. Denn er ist hard gay. No, der Effekte ist schwul. Ihr wisst das. Adios. 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 Adios.